Hier, hallo und herzlich willkommen Freunde zum Dämonenjäger DPS Guide für Battlefyers Award und ich sage nochmal so viel, es macht auf jeden Fall riesig, riesig Spaß die Klasse zu spielen. Also für alle, die sich vielleicht noch überlegen, sollt ihr vielleicht Melee spielen? Ja, das solltet ihr. Also ihr seid natürlich relativ flexibel, was das Movement angeht, durch das Teufelswash habt ihr natürlich die Möglichkeit hier sehr schnell die Position zu wechseln. Und ich sage nochmal so, AOE schadenstechnisch sieht das Ganze schon mal ganz, ganz gut aus, besonders wenn ihr genauso eine relativ vernünftige Anzahl an Gegner habt, so 4, 6 oder 8, das ist ganz top und jeder weitere Gegner gibt natürlich noch einiges an Schaden mehr. Single Target haben wir dann noch die Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu optimieren und zu erweitern, je nachdem wie viele Single Target Kämpfe ihr habt oder Multi Target Kämpfe, könnt ihr euch darauf dann gut einstellen. Ihr solltet auf jeden Fall so ein Foliant mithaben, damit ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Boss ein bisschen umskillen könnt, um einfach mehr aus der Klasse rauszuholen. Und wie ihr es schon gewohnt seid bei den Videos, wir werden mal über die Rotationen sprechen, über die Talentevergabe, über die Azerit-Rüstung, was solltet ihr da nehmen, was braucht ihr, natürlich über die Werteverteilung und dann gibt es noch ein paar Ausschnitte aus diversen Kämpfen mit ein paar Anmerkungen, wie ihr denn was am besten lösen könnt. Ja Freunde, unten nach der Entführung, wo wir uns natürlich mal anschauen, welche Talente ihr wählen sollt und wie denn so eine Rotation aussieht. Wie schon gesagt, auch bei den anderen Videos, Kriegsmodus idealerweise aktivieren, gibt ein bisschen mehr aus diversen Quests und World Quests, das Medaillon wollt ihr haben, einsamer Recher wollt ihr haben, dämonische Serbe und natürlich den Mana-Brecher hier als BVP-Talente gewählt. Von den normalen Sachen her, es gibt jetzt zwei Varianten, das Ganze zu spielen, also meine bevorzugte Variante und die dann mit etwas mehr kritischer Trefferwertung, also wenn die natürlich ein bisschen nach oben geht, funktioniert das Ganze dann schon richtig, richtig gut und zwar spielen wir mit Teufelsklinge und dann als hunderter Talent mit den Dämonenklingen. Dämonenklingen sind ja so praktisch im Passive dazu, das bedeutet, also die Auto-Hits haben dann die Chance, eben das zusätzlich zu machen. Das heißt also, wenn wir am Ziel dran stehen, dann aktiviert sich das Ganze und dann funktioniert es. Alternativ wäre noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel auf Blinder Jezorn zu gehen und dafür auf Unstillbarer Hunger. Unstillbarer Hunger ist jetzt das, was früher in Legion mal das Legendary war, wo wir zusätzlich mehr Jezorn generieren. Also das wäre vielleicht die bessere Variante, wenn es darum geht, dass ihr noch nicht so viel Krit habt, dann könnte es ein bisschen kritisch werden. Als 102er Talent eine ganz klare Sache, Teufelsbeschuss. Also Teufelsbeschuss ist das Talent in BFA für den Dämonenjäger. Alles, was hier irgendwie ranläuft oder so einfach aktivieren wird, alles umgefegt. Als 104er Talent, Netherwandeln nehme ich persönlich am meisten, weil man die Schaden komplett immun machen kann. Also man ist wirklich mal komplett immun für eine gewisse Zeit. Das entlastet die Heiler natürlich enorm. Alternativ wäre auch Seelenreiser möglich für mehr Leech. Aber wenn ihr Ziele nicht angreifen könnt, könnt ihr euch nicht heilen und deswegen würde ich zu Beginn mal auf Netherwandeln gehen. Als 106er Talent, ganz klar Sache, Blut vergießen, außer vielleicht in Raids oder wenn die Kämpfe gegen Worldbosse oder so wirklich lange, lange dauern gegen einzelne Gegner, wird sich hier dunkler Streich noch zusätzlich anbieten. Als 108er Talent eine klare Sache. Die Teufelseruption einfach daraus, weil wir Gegner stunnen können. Das funktioniert sehr, sehr gut in Instanzen und so weiter, wo wir Gegner dann wirklich damit Chaos unterbrechen und die mal rausnehmen. Hier für die Chaos Nova. Es ging teilweise, teilweise nicht. Das hängt von den Mob Type ab, ob ihr diese stunnen könnt oder nicht. Also hier würde ich auch euch empfehlen mit Teufelseruption zu gehen. Und das 110er Talent, ganz klare Sache, dämonisch, weil dann verwandeln wir uns immer in die Metaform. Dort machen wir natürlich mehr Schaden und alles. Außer vielleicht wieder hier für lange Kämpfe mit, ja gegen ein Ziel oder so, könnte man vielleicht noch den Nemesis Cooldown zusätzlich dazu nehmen. Also für alle, die das dynamische spielen und so gerne bevorzugen, einfach das Gefechts mit dem Hin und Her dashen und anschließend gibt es mehr Schaden. Das ist zwar ganz gut, aber erstens einmal in Raids ist es eher unnütz und in der Gruppe, beziehungsweise in den Dungeon Music Plus oder so, habt ihr nicht immer die Möglichkeit, beliebig hin und her zu chargen, denn es besteht natürlich immer die Gefahr, Patz und andere Sachen hinzu zu adden und das wollen wir hier natürlich auf gar keinen Fall. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an, wie funktioniert denn das Ganze? Also hier mal aufzubauen, erster ganz klassisch, vielleicht machen wir mal zuerst hier so einen kleinen Angriff, also wir chargen mal rüber und dann die Auto-Hits, ihr seht schon, geben uns jetzt so an, immer wenn unsere Teufelsklinge ready ist, spammen die wir natürlich raus und dann hier Chaosstoß, das ist unser Talent, das wollen wir natürlich haben. Also das ist hier mal so prinzipiell, also wenn wir angegriffen haben, natürlich immer wenn I-Beam, der Augenstrahl ready ist, zünden wir ihn, dann verwandeln wir uns und dann geht es schon los, dann wird hier reingefegt mit der Vernichtung, das macht dem maximalen Schaden, danach wieder, wenn es ready ist, die Teufelsklinge, um eben wieder zusätzlich Jetson aufzubauen und dann wird schon wieder weiter gespampt mit Chaosstoß und sobald dann der I-Beam ready ist, ziehen wir den natürlich gleich wieder mit drauf. Also das ist hier mal so prinzipiell gegen ein einzelnes Ziel, wir haben hier natürlich noch unseren mächtigen Cooldown, die Metamorphose, das nehmen wir aber dann praktisch erst, wenn wir wissen, wie lange dauert der Kampf, der Cooldown ist jetzt hier so zwei Minuten wegen einem BVB-Talent, normal ist er vier Minuten, das heißt also, ihr müsst schauen, wie lange dauert der Kampf, wenn er lange genug dauert, zündet ihr ihn direkt zu Beginn, kriegt er ein zweites Mal ready, ein zweites Mal bereit oder, aber ihr zieht es da, wenn der Gegner mehr Schaden kriegt, ja. Also Single-Target ist nicht ganz so berauschen, Multi-Target sieht ja schon mal ein bisschen besser aus, ne, mal ein bisschen durchgecharged und dann geht es schon los. Hier fährt schon mal I-Beam rein, dann fährt hier unser Todesfeger rein und jetzt kommt das Todes-Talent und hier seht ihr es, Teufelsbeschuss, also Teufelsbeschuss, Multi-Target und so weiter, das ist der Wahnsinn, also wie es hier abgeht, dieser Burst-Damage, ja, der Minion Hunter geht in die Luft und mäht einfach alles weg, das ist echt für Ads, In-Rates oder bei den Instanzen ist es wirklich ganz, ganz super. Alternativ hier weiter dann natürlich der Klingentanz, die Aufbauphase von Jezuan ist die gleiche wie auch im Single-Target und dann hier, was haben wir da, zack, I-Beam und dann verwandeln wir uns wieder, spammen wir wieder weiter und so. Also zwischendurch sollten wir wirklich an das Jezuan-Cap kommen, also wenn wir hier oben voll sind, können wir auch, wenn die anderen Sachen auf Cooldown sind, mit Klingentanz und so weiter, dann nehmen wir halt ein einzelnes Ziel raus, machen Chaos, Stoß, es ist immer besser, Schaden zu machen, als irgendwie auf einen Skill einfach zu warten, bis dieser wieder ready ist. Und wenn das Ganze dann halt wieder ready ist, also wenn alles wieder bereit ist, beginnt es wieder von vorne, wir nutzen wieder I-Beam und sobald es geht, gibt es wieder unseren Teufelsbeschuss, weil diese Konstellation hier, das macht halt einfach den richtig, richtig harten Schaden. Wenn wir hier so reinfahren, seht ihr es schon, es ist einfach der Wahnsinn. Also das auf jeden Fall, ganz interessant wird das natürlich, wenn wir es zusätzlich noch mit diversen Trades kombinieren können. Ihr kennt das Ganze ja, das Herz von Azzawatt, das Mega-Feature aus Battle for Azzawatt und hier haben wir dann auf Kopf, Schultern und Brustplatte haben wir natürlich diverse Talente, mit denen wir unsere Fähigkeiten noch zusätzlich verstärken können. Also da solltet ihr auf jeden Fall einen Blick riskieren. Das Ganze machen wir im schriftlichen Bad, da gibt es eine Tabelle, in dieser Tabelle steht drinnen, welche Fähigkeiten gibt es und welche wollt ihr haben, um das Ganze hier wunderbar abzurunden. Also da solltet ihr, wie schon gesagt, auf jeden Fall einen Blick riskieren, damit ihr hier nochmal einiges mehr Schaden rausholt, denn hier sind diverse Talente drin, die dann eben im Single-Target oder im Multi-Target funktionieren oder eben Sachen, die eure Stats nochmal ein bisschen hochdrehen. Da braucht man dann die Simulationen, um zu schauen, okay, was ist gut, was ist nicht so gut. Von den Talenten, beziehungsweise von den Fähigkeiten, von den Stats davon, was brauchen wir, um was zu verstärken. Hier ist wiederhin, wie es auch schon früher war, kritische Trefferchance ist das Wichtigste für einen Demon Hunter, weil es halt einfach am meisten Schaden bringt, weil die Fähigkeiten damit skalieren und weil es unser Ressourcenproblem ein bisschen behebt. Also hier mal ganz vorne, quit, dann natürlich Item Level overall, das ist eh schon so eine klare Sache, mehr Item Level, mehr Beweglichkeit, gibt natürlich weiterhin einen ganz, ganz guten Push und dann natürlich, je nachdem, ob ihr dann auf Multi-Target Teufelsbeschuss mit I-Beam spielt, dann ist es noch ganz gut, ein bisschen Mastery zu stacken, weil die Meisterschaft natürlich wunderbar da mit rein skaliert und den Schaden zusätzlich nochmal erhöht, beziehungsweise das Ganze hier nochmal einiges anpasst. Also da haben wir mal so, wir werden natürlich die Simulationen abwarten, das ist eh klar, das wird immer ein bisschen dynamisch angepasst werden, aber hier mit Quit könnt ihr mal nichts falsch machen. Ja, das ist auch ganz wichtig bei den Twinkets, da müsst ihr mal nachschauen bei den Schmuckstücken, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die den Quit-Wert erhöhen, die sind dann verhältnismäßig auch viel, viel höher gesimpt, weil sie euch natürlich auch viel, viel mehr DPS bringen. Hier Freunde und jetzt, wo wir natürlich wissen, wie es läuft, schauen wir uns mal das Ganze vielleicht an einem Raid-Boss an, also je nachdem, ob es hier Ads gibt oder nicht, könnt ihr natürlich super eure Cooldowns sparen und wie ihr schon seht, mit Teufelsbeschuss, I-Beam und so weiter, da geht doch eigentlich erst ein Schaden raus und das ist natürlich immer sehr vorteilhaft, wenn man natürlich was ready hat, wenn da so eine Ad-Welle kommt, damit die dementsprechend schnell umgebürstet werden und vor allem auch bei Demon Hunter, die ist Movement mit der Möglichkeit vorzudaschen, zurückzudaschen, ist man auch immer relativ schnell bei diversen Ads, vor allem in den Instanzen oder Raids, wenn immer wieder mal Ads erscheinen, welche auch gekickt werden müssen, relativ schnell natürlich, weil sonst gibt es hier einen enormen Raid oder Gruppenschaden, da seid ihr natürlich richtig gut am Start, aber die momentane Stärke war halt eindeutig dabei, eben wenn die Ads rauskommen, wenn da einfach Damage benötigt wird, Teufelsbeschuss, I-Beam rein, Klingentanz durch, also hier auf jeden Fall einige Möglichkeiten, zusätzlich noch die Chaos-Nober welche nochmal, Gegner auch kurzzeitig Interrupted unterbricht oder so weiter, sind alles ganz ganz wichtige Fähigkeiten, wenn es darum geht sich in den Raids oder aber mythischen Indies zu behaupten, also wie gesagt spielerisch macht das Ganze auf jeden Fall hier schon mal richtig Laune, abhängig dann davon, wie viele Gegner sind da, wie könnt ihr euch hinstellen und so habt ihr natürlich immer einen Vorteil, wenn es mehrere Gegner sind, weil da einfach der Schaden doch nochmal um einiges höher ist. Ja Freunde, das war es soweit, ich hoffe ich konnte euch einen ganz guten Einblick geben, wie schon gesagt, schaut auf jeden Fall in den schriftlichen Guide, da gibt es noch ein paar ganz ganz wichtige Infos, wenn es irgendwelche Fragen gibt, habt ihr mit in den Kommentaren und jetzt wünsche ich euch natürlich wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Okay.